Und damit willkommen zurück zu The Longest Road. Ja Leute, ihr wisst noch vielleicht vom letzten Mal, wer den ersten Part von The Longest Road bei mir gesehen hat. Dass wir da ein kleines Problem hatten, hier uns freizusprengen und die eine Gasflasche war weg. Ich habe jetzt nochmal alles bis dahin gespielt. Wie ihr seht, ich habe die zwei Gasflaschen geholt und wir können jetzt mal nach oben fahren. Und schauen, was passiert. Ob uns es gelingt, mit den Gasflaschen uns den Weg freizusprengen. Weil ich denke mal, jeder möchte sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Ich glaube, aber ich probiere es erstmal mit einer Gasflasche, oder? Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ob ich gleich beide nehmen soll. Ich beteste am besten mal. Würde ich sagen. Ich hoffe. Oder sollen wir gleich beide nehmen? Ach. Was soll's. Wir nehmen beide und dann. Weil wenn schon, denn schon. Wenn wir schon beide haben. Warum packen wir die auch noch mit drauf? Wenn es halt nicht funktioniert. Dann war das der letzte Part. Dann gehe ich runter. Er schießt einen Mann. Ihr wisst ja, da unten sitzt noch ein Mann. Eine Ebene tiefer. Der hier wohnt und haust und sich da irgendwas grillt. Wahrscheinlich Menschenfleisch. Denke ich mal. Jetzt heißt es nur, keinen Fehler machen. Und ich finde die Spiele einfach noch genial. Dafür, dass es wie gesagt eine Alpha noch ist. Ist. So, jetzt. Was ist jetzt zu tun? Maybe I need more distance. Wie meint er das jetzt? Meint er jetzt, wir müssen uns weiter entfernen? Oder das Teil? Weil es ist das letzte Mal auch nicht explodiert. Es hätte nur gepfust. Egal wie oft ich drauf geschossen habe. Vielleicht ist es so eine Art Antrieb. Denke ich mal. Meint er also damit, ich soll das Teil ein bisschen weiter weg machen? Damit es ein bisschen Anlauf nimmt. Wir probieren mal. Vielleicht klang das hier. Ich probiere mal hier. Wenn es nicht klappt, dann haben wir halt alles verbockt. Oder ich habe es verbockt. Wie auch immer. Nehmen wir die Pistole. Wir haben noch fünf Schuss. Und wir schießen einfach mal drauf. Hoffentlich funktioniert es. Die Idee war nicht schlecht. Hat aber immer noch nicht funktioniert. Mist. Dämmt. Hupf, doch drüber. Nochmal probieren. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Oder wir haben keine Gasflasche mehr, oder was? What? No. Es hat nicht funktioniert. No. Der Hemd. Es hat nicht funktioniert. Nein. Wir haben keine Gasflasche mehr. Und da hoch komme ich ja auch nicht mehr. Es hat nicht funktioniert, Leute. Ich gehe mal runter. Vielleicht kann man sich jetzt noch mal eine Gasflasche holen. Aber es hätte das letzte Mal auch nur die zwei angezeigt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Dämmt. Da gehen wir hoch und erschießen den alten Mann. Nein. Ich kann keine Gasflasche mehr holen. Mann, da stehen doch so viele Gasflaschen. Ja. Tut mir leid. Ich habe es probiert. Die Entfernung war anscheinend doch nicht so ausreichend. Vielleicht. Aber ich werde mit Sicherheit keinen dritten Part davon machen. Ich gehe jetzt hoch, damit ihr wenigstens noch ein bisschen Spaß habt. Ich werde den alten Mann erschießen. Und mal schauen, was dann passiert. Lass mich durch. Ich hänge an der Leiche. Also. Leute. Ich muss ihn hinrichten. Nur für euch, damit ihr noch etwas zu sehen habt. Headshot. Three. Two. One. Zero. Zero. Exit. Oh. Da liegt da einer. Sieht aus wie ein Hackebeil. Meatkleber. Hackebeil. Was mache ich jetzt damit? Kann ich hier nichts untersuchen? Ich kann es auch nicht ausrüsten. Für was habe ich ein Mietkleber? Für was habe ich einen Mietkleber? Wenn ich es nicht ausrüsten kann? Mysteriös. Und hier zeigt er mir auch nichts an? Ich kann nur meine Pistole ausrüsten. Und die Taschenlampe. Und die Taschenlampe. Das ist aber nur ein Laie. Das hätte das mit der Leiche rumhängen. Und die haben auf jeden Fall gegessen. Also schade um ihn war es mit Sicherheit nicht. Weil er ist ein Menschenfresser. Was kann ich jetzt mit dem Hackebeil machen? I don't know. Hier vielleicht irgendwas? Nein. Ich kann auch nichts drücken, indem man das ausrüstet. Ich würde sagen, ich verballere meine letzten paar Schüsse. Meine letzten Schüsse. Nichts mehr. Nada. Aus. Niente. Ende Gelände. Keine Munition mehr. Ja, Leute. Wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Es tut mir leid für euch. Ich hätte euch gern mehr gezeigt. Ich werde aber mit Sicherheit keinen dritten Part machen, weil nochmal alles spielen, das geht mir einfach zu lange. Ich denke, ich würde sagen, vielleicht gibt es eine Full Version irgendwann mal. Dann werde ich die auf jeden Fall spielen und dann noch mehr Abstand nehmen oder mal schauen. Vielleicht ändert sich ja auch alles. Ich hoffe nur drauf, dass einer rauskommt. Und ja, in diesem Sinne, beenden wir das Ganze hier. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe das trotzdem ein bisschen gut gemacht, könnt ihr mir gerne Daumen nach oben da lassen. Freue ich mich natürlich. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Ansonsten bedanke ich mich für's Zusehen. Das war The Longest Road. Und schaltet wieder ein auf meinem Rosti-Kanal. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder was Neues kommt. In diesem Sinne, vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rosti. Tschöööö!